Hallo bei Kung Fu Fitness Lifestyle Family, die Kampfkunst Familie. Nun hierzu die Stars meines Kanals. Ihr Abonnenten sind die Stars meines Kanals, nicht ich. Und ich bin so viel dankbar, dass sie mir abonniert haben, dass wir so ein guter Kontakt haben. Und da möchte ich mich jetzt noch mal persönlich bedanken hier in YouTube. Bullet Shark Television, Tom Wolf, Elke Zockt, Tom Wolf sieht auch selber aus wie ein Kampfkünstler. Mal auf seinen Kanal nachher gucken. Insist Christ, hey Bro, frage mich mal über deine Kommentare. Der echte Don Ameise, der hat echt gute Clips drin, weil er sehr geistreich ist, sich gut ausdrücken kann. Und wo er seine Meinung gesagt hat über den Bild von David Rasl und Roget Shigeti. War da sehr diplomatisch, schöne Meinung und sehr gut ausgedrückt. Ihan Schirnir, Philipp Kota, Mabe, David Kuschra. Ich hoffe, ihr habt es richtig gesprochen. Wenn nicht, dann war es nicht mit Absicht. Classic German Budo Association. Hört sich gut an. Mat, Aleph, Perfekt, Ben Rothmann, BRN Television, Christian Neugenz, Juri, Boyka, Momo, Janis, Bernet, 2, Doppelz2, FTV, Patrick Kamp, Ah, auch ein Kampfkünstler. Sarah Ucker. Freut mich, wenn man von der weiblichen Wesen abonniert wird. Das freut mich echt. Das ist... Ich komme ja auch bei der Frau gut an. Justin Müller, Kiplu, 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 Oskar, David Glaser, ehrenlos, und Patrick erzählt. Jenny Television. Das sind manchmal so lustige, oder? Ja, so... Mister Pilal, 2008. Terraria King, King Schulz, Daniel Ciritessi, Profi Panther, U Spirit, Klyse, Dear Meister, Mets, Savage, Savage, Savage Walt, Mr. XXL, Emil Müller, Fastermann, 17, 02, Jordan, Schreitmann, Hammer, sehr gut, Crazy, Lesen, Television, Alexander Munz, Xesorion, Martin, Hemmer, Spach, Felix, Musik, Stress ohne Grund, AFG, Miss Alam, Alres City, Rudin Haster, Gernard Reinholzen, Frick, Frick von Arz, Zwei, Späß, Tube, H.E.D., Flying Grani, Granschen, Tiger, besondere Ehre, dass ihr mich abonniert, hat selber einen super Kampfsport, Kampfkunstkanal. Da könnt ihr gleich wieder nochmal Werbung machen, bitte abonniert, alle, Christoph ist ein super Freund von mir und demnächst drehen wir mal was zusammen, wenn ihr mich besucht im Schwäbischen, ist ihr gerne bei mir herzlich eingeladen und noch danke für dein Dankeschön im Clip, wo du, ja, hat mich echt gefreut, Tschin, Mara, Prezi, Su, Marco, Zwer, Koski, Dondello, Vega, Karl, 43 Pack, schöne Katze, gefällt mir, sehr sympathisch, Trojups, Germany, Paul, Kasper, Lenz, Michael aus Loene, Ilona Mayer, hallo Ilona, Lecker, 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 Putz, mit der inne, halloin, sauerde Grab, Kondi, Markus Hesse, Motto, Mande, Stoffer, Kevin Kräner, Kevin Kräne, XX2R11, Ferral, TQ Tunnetz, hast mir schon lange nichts mehr geschrieben, du schreibst mir so, warum schreibst du nicht mehr, schreib mir mal wieder, Alex S., Michael Wegner, Matzer Television, äh, Putzes, Putzes, Zase, Max, hey, Horatzli, perfekt, Städkund.de, Kanal, perfekt, Mächtung, super, sympathischer Freund von mir, abonniert den alle, schaut mal bei ihm rein, Florian Dau hat er abonntet, das hat mich echt super Freude, ja, also, da zieht man, dass du was im Kasten hast, Florian Dau abonniert nicht irgendjemand, ja, und, ähm, ich zeige zwar drauf, wen man abonnieren kann, aber es liegt an eurer Leistung, wenn ihr abonniert werdet, also, ja, Tobias Kemmer, Rimm, Jobber, Bill, Learille, Ah, hier ist ein, mein Zung bricht ab, Pella, Kutz, Mix, für Kung Fu Kanal, ja, das gefällt mir auch so was, so die Geschichte, ich habe schon mal reingeguckt, mal den mal Werbung über den machen, Budersporten YouTube wäre cool, über so den Kanal, Bullrock 23, ARC, Lugu, NIS, SMT, Marco Wegner, äh, 4F, Rock, Hoten, also, bitte, andere Kanallname, 8, Hotis, AC Peter, Jasmin, Capirel, mit der reine WhatsApp-Kontakt, also, ich habe mit meinen, ich habe viele, mit viele Fans und Anhänger von mir Kontakt, Wenn du über WhatsApp, E-Mail oder persönlichen Kontakt oder Telefon, nehmt es halt nicht auf, sondern es wird auch mehr ganz persönliche Sachen erzählt von diesen Personen und soll eigentlich mehr privat bleiben. Philipp Guter, Tom Everding, ein treuer langer Begleiter, Hong Kong Harry, Simon Meier, Nick Walker, David Fitzenmeier, oh je, jetzt bin ich nicht rausgekommen, Fitzenmeier, so eine Scheiße. Nicht wegen dem Namen, weil ich nicht rausgekommen bin. Also, warte, melde unten, Fitzenmeier ist ja schon ganz in Ordnung. Tom Bo, auch ein treuer Begleiter meines Kanals, Nistens420, Seba, Focher, Josefine, Schwart, Dennis, Luggenbühl, Steffen, Hauri, Helm, Bro von mir, Muarem, Kamelan, Hallo, Nasesin. Ich, freut mich immer, wenn ich von turkischen Freunden abonniert werde und von muslimischen Brüdern. Ich weiß nicht, mein Kanal hat auch kulturell und geistreich viel was zu bieten, wenn man auch von verschiedenen Leuten abonniert wird. Das freut mich sehr. Yes, yes, King Cass, ein guter Freund von mir, mit dem du jetzt bald ein Mysteriopaket austauschst, das heißt, muss morgen kommen, wo er mir geschickt und dem, wo er ich schicke, also kriegt von mir auch alles, das schicke ich morgen per Post weg. Gildos, filmt er nicht, heißt er. King Cass, schreiben wir mal wieder immer, Junge. J.D. Daniel Koppers, Rotloff, Saffetheim, David Kumpinski, Bravhart, Horst Holz, Topwissen, Mücklektules, Dr. Horkenverkauf, Gabriel Anton, Tupper Kai, Dr. Niemann, Steffen Liebmann, Rakel, Jörg Dietrich, Mr. Mayo, Michael Silvester, Sonja, Sonnentrupler, jawohl. Man, Panzer, Panzer, Mr.